Wassersportler aufgepasst! Hallo, ich bin Stefan von Beach Inspector und befinde mich hier am Strand von Al-Asqqara. Al-Asqqara liegt ungefähr zwei Stunden nördlich der Insel Masira und ist eine wirklich schöne kleine Stadt, um die omanische Kultur kennenzulernen. Doch nicht nur die Stadt ist einen Besuch wert, sondern auch der Strand von Al-Asqqara. Denn hier haben besonders Surfer und Kiter die Möglichkeit, ihren Wassersport freien Lauf zu lassen. Denn in der Hauptsaison bieten sich sehr gute Bedingungen zum Wellenreiten an und sind sowohl in der Hauptsaison als auch in der Nebensaison sehr gute Bedingungen für Kiter. Doch nicht nur die Wassersportler kommen hier auf ihre Kosten, sondern auch die Familien. Denn der Strand erstreckt sich über 15 Kilometer lang der Küste bis südlich von Al-Asqqara das Al-Asqqara Beach Resort anfängt. Ein Resort für Familien und Pärchen, wo auch Zielprogramm für Kinder angeboten wird und ein umfangreiches Angebot an Sportmöglichkeiten wie zum Beispiel Fußball oder auch Beachvolleyball. Ihr habt am Strand von Al-Asqqara also die Möglichkeit, euch total auszutoben für Familien, Pärchen, aber auch Wassersportler.